Ah, ich glaub, das ist der Endspurt von diesem Projekt jetzt, also. Geben wir nochmal unser Bestes. Und hoffen, dass im Hintergrund kein Hundegebell losbrüchst. Oh, dann lass nicht hier mal. Service. Und Hundegebell brüchst los. Ja, danke auch. Ich muss nachladen. Das wäre alles gewesen, okay. Ah, dann muss ich noch ein paar Pisten. Pfeile. Ein bisschen da vorne, ein bisschen hier vorne. So, muss jetzt weitergehen, ne? Okay. Okay. Letzter Punkt auf der Liste. Hinweise auf den Raub meiner Identität. Dann machen wir das doch gleich mal. Oh, die haben es doch nicht geschafft, die zwei. Aber haben wir versucht, sie zu retten. Beziehungsweise haben wir sie ja eigentlich von den ganzen Zermis gerettet, aber... ...hat wohl nicht gereicht. Leon, nicht klein zu kriegen. ...hat wohl nicht mehr. ...haha. 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 Wohl erlässern... ...zärtiges Sein. ...was интересuelles была. ...haha. Das war sehr knapp, man. Mach ernsthaft. Well done. 400 would? 3,000 wouldn? Ich sehela vorab. ité起こった surfer. Du bist mein Meister, dein wunderbarer Schattenburg. Oh Gott, so gehöre ich gerade gehalten. Was für eine Lüge, Alter. Du weißt eigentlich, wie der Meister vollzieht. Verdammt. Ganz oft. Das ist ziemlich niedrig, Mann. Und du weißt schon noch nicht mehr. Oh, ich fahre mich ein Typal. Du weißt nicht mehr. Oh, Frau, ich fahre mich. Ich bin ein Typal, eine Typal. Ich bin ein Typal. Die Culture musik. Ich bin ein Typal. Ich hab nicht getroffen, ich treff nicht, Mann. Hey, jetzt hab ich doch getroffen, Mann. Oh nein. Ja, ich brauche Deckung. Leon! Ada, hören Sie mich? So darf es nicht enden. Komm mit mir, Liebling. Wir bleiben für immer zusammen. Aber nicht mit mir. Na los, aufwachen. Wenn Sie wirklich Ada sind, stehen Sie das durch. Wir beide schaffen das. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Arbeit? Wenn Sie es nicht bemerkt haben, Simmons macht es. Gibt es da etwas, das ich wissen will? Nicht zum Belachen. Au! Erstmal, finde ich. Das war knapp. Blut. Ja. Oh nein. Du lächst mich nicht an. Okay, das war ein geiler Schuss. Ja, was kann man auch die Schüsse machen? Oh, tschüss, ich muss sie weg. Mann, jetzt war der Typ auch noch down, ich hab ihn nicht umgegriffen, shame on me. Hä, roll, ich bin doch ausgewichen, ich bin schon zu spät, au, kommt. Ernsthaft jetzt? Oh Gott war das knapp. Oh Gott. Was ist bei dem Typen falsch? Was ist bei dem Typen falsch? Ach komm, war ich doch nicht so aus, Mann, war ich doch ordentlich aus. Ich seh grad nix außer Fleisch. Ist ziemlich schwierig, dass ich mich noch nicht schießen kann. Oh nein. Leon. Oh Gott, ich dachte, das ist alles ausgelesen. Wollen Sie leben? Dann betteln Sie um Ihr Leben. Nicht passen. Nein. 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 So süß. Alles etwas verwirrend für dich, was Leon? Amüsant dich so zu sehen. Aida! Hm... Ach, das sieht ja gruselig aus. Also, hier hat Carla ihre Experimente durchgeführt. Geh, 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 geh. Wieder ein Misserfolg. Bring mir eine andere Testperson. Was glaubt ihr, warum wir dieses Labor hier errichtet haben? Geht nach draußen. Da stehen tausende Testpersonen zur Auswahl. Hm. Sag, Simmons, wir sind beschäftigt. Ich stehe kurz vor der Lösung. Verweigert ihr meine Befehle? Du warst es, der mich als Testperson gewählt hat, oder? Nein, nein. Nein, es war Simmons. Er hat mich gezwungen. Tun sie das nicht? Oh, okay. Ob du es glaubst oder nicht, das sagte ich auch. Ich hab's endlich geschafft. Das wird mein größtes Werk. Okay. Mitleid ist dir fehl am Platz. Ein Ende ein für allemal. Oh grab' du es. Ich hab's nicht wollte, also mit dem Projekt viel zu tun. Also, wir versuchen, das Feld entw spider-macht zu bringen. Ja, ich hab' das gerade mal in der Reise. Oh, das ist alles? Ich hatte mich nicht alle das, der Arm können. Wie geht's euch hier? Hm. Ein Auftrag? Klar, ein gerade freigeworden. Halt euch steif und tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020